es gibt offenbar noch mehr sehen jetzt als wir dachten du hast tatsächlich anbesiegt die johann zurück zu verbinden west wir sind das letzte mal hier angekommen und da waren die hart am fighten und hier die sind alle hops gegangen okay not so nice aber die dame jetzt hier schon sehr interessant irgendwie konnten die rebellen ihr ein schild ausschalten aber warum war sie hier ich kann auf ihre kommunikation zu greifen aber ich werde auch das schlachtfeld scannen was war mit dieser irren waffe der sie offenbar konnte sie sie kommen und gehen lassen aber jetzt ist sie weg gut dann mach dein ding ich warte hier mach dein ding okay dieses phantom hatte anweisungen beim sichern des ziels zu helfen was dieses ziel wohl ist der hat es hinter sich das verstaue ich für später nicht alle gekillt ne das ist ein bisschen heiß ich muss herausfinden wie sie funktionierte aber vorher muss sie abkühlen ein osserer mit einem fokus offenbar hat er daten über die waffe an jemanden gesendet hier hatten die rebellen wohl länger ein lager haben sie die gegend beobachtet okay ich glaube ich weiß was hier passiert ist ich sollte zurück zu erend okay was mit der waffe warten wir warten jetzt nicht bis sie abgekühlt ist oder wollen wir jetzt ran sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut So, ich wär soweit, mein Hase. Aber immerhin. Das war wohl noch nicht serienreif, als sie spoliert ist. Sie suchte etwas, das sie verloren hatte. Ihre Drohne hatte den Befehl, das Ziel zu finden. Das Ziel? Ist das die Unterfunktion, die wir hier suchen? Luthier? Ich weiß nicht. Dann komm, gehen wir zur Wahl. So, Mäuschen. Da geht's tief runter. Irgendwas hat sich in den Berg gegraben. Sieht frisch aus. Was auch immer das war, es war sehr mächtig. Snakey girl. Ich will nicht aufpassen. Ich will nicht überrascht werden, wenn die anderen auftauchen. Melde dich per Fokus, wenn dir etwas auffällt. Okay. Tangeras mittlerweile. Ich bin gespannt. Hier unten ist eine Ruine der alten Welt. Du sagtest, die Zinets hätten ihr eigenes Backup von Gaia? Ja. Aus dem Testlabor. Vielleicht waren sie hinter Luthier her. Sie fanden ihr Versteck und sie sendete das Notsignal. Vielleicht? Vielleicht? Der Schuss sieht ja schon cool aus hier. Was ist das? Nix. Okay, also weiter runter. Da hinten wollen wir hin, aber hier geht's auch noch rüber. Okay. Brutzel, brutzeln. Was soll das helfen, da rüber zu springen oder soll das helfen? Es soll helfen, da rüber zu springen. Was ist das hier? Okay. Interesting, aber hilft nicht. Die Boxen hier sind interessant, ne? So, du willst hier rein quasi. Sieht wie eine Art Rechenzentrum aus. Von der Konsole aus kann man wohl auf alle Systeme zugreifen. Jetzt mal einmal rumlaufen, okay? Okay. Das ist die Frage, was interaktiv ist, ne? Also nur diese eine Konsole wird's jetzt nicht sein. Oh. So ein Sender habe ich noch nie gesehen. Sieht nach Selbstzerstörung aus. Das war ein Far-Zenith-Forschungslabor. Von hier aus wurden kürzlich wohl große Datenmengen gesendet. Von dem Gerät in der Nähe. Die Luthier ist also weg? Das geht nicht. Vermutlich, wenn sie überhaupt je hier war. Aber warum haben die Sienets dann nach dem Ziel gesucht? Sehen wir uns weiter um. Und wieder erkunden wir eine Far-Zenith-Ruine. Wenigstens scheinen dieser keine Killermaschinen zu sein. Oder etwas, das du hochjagen kannst. Also, was ich krass finde, sind... Oh, hier unten geht's tierisch weit runter. Mal eben kurz gucken, ob's hier hinten auch weiter geht. Mhm. FF geht nicht. Oh, das ist ganz schön groß hier. Wozu dienten Sie? Ich hab doch gesagt, ich wurde gemacht. Nicht geboren. Wie ich Far-Zenith kenne, haben Sie hier Erstaunliches entdeckt. Zu Ihrem eigenen Nutzen. Das kommt für später zum Vorrat. Mhm. So, jetzt unter uns. Wo wollen wir eigentlich hin? Hier könnten wir wahrscheinlich runterspringen, ne? Dann will ich vielleicht erst mal in den Keller, oder? Hier geschaut, was hier noch ist, ne? Dann weiß man nicht, was interaktiv ist und was nicht, ne? Oh, das ist groß. Ich glaube nicht. Das könnte jetzt schon der große Raum sein, oder? Das ist der große Raum. Das ist ein ganz anderer Raum, ne? Moment. Wow, gibt es eine Map? Es gibt eine Map. Boah, lass uns nochmal rausgehen, shit. Ich glaube, ich habe mich dann doch jetzt irgendwie verlaufen. Ah, es ist schon groß und ich weiß nicht, ob ich jetzt überall war. Das sieht mir aus wie die Ecke von eben. Hier sind wir reingekommen. Boah, und hier sind wir runtergekommen, oder? Lass uns mal eben checken. Das ist ja der Kellerzugang, genau. Okay. Wie sind wir denn hier einmal rumgekommen? Okay, dann lass uns halt einfach runtergehen, wenn es, äh, raufgehen, wenn es dann doch eher nach oben geht. Okay. 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 Oh, die ist ja riesig. Eine Art Lagerraum. Vielleicht ist das Ziel ja hier irgendwo. Das ist voll. Falls ja, konnte die Zenith es irgendwie nicht finden. Sehen wir uns mal um. Also, wie kommt Erndt mit all dem zurecht? Wirklich. Na ja, Gaia, Zeniths, der Fokus, das ist viel. Alter, was für eine Halle. Hier passiert gleich irgendwas, wenn die schon Haltepunkte sind und so. Dürfen wir gleich fighten wahrscheinlich und rumspringen. Noch eine Kiste unten, okay. Fett, ne? Drüben kann man reinlaufen, aber das ist auch so ein... Das ist auch so eine Rampe nur. Also, da hinten wollen wir hin. Eine Steuerkonsole. Für die Speichereinheiten. Kann sie uns sagen, ob das Ziel in einer ist? Ja, finden wir es raus. Mhm. Mhm. Nicht schlecht. So, jetzt bin ich auch mal gespannt. Code eingeben. 236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. 236? War da nicht eine Zahl aus dem Notrufsignal? Jawohl. Ja. Steht im Protokoll. 7i-Jård. 10. 11. 12. 12. 13. Ich hab's mir nicht gemerkt, es war 200 irgendwas. Lass mal kurz gucken, was war denn noch der... Da muss der Notizbuch stehen. Maschinen mal eben kurz hier wegklickern, dass wir da so ein Fry haben. Notsignal. 237, mhm. Lass mich mal raten, wer da drin ist. Der Klon, mhm. Eloy. Das bist du. Kalt wie Eis. Das stammt wohl von ihrem Kopf. Aber wieso? Hallo, Elisabeth. Hüte dich vor Versehenes. Sei vorsichtig, sie sind gnadenlos und haben jetzt Elutia, Artemis und Apollo. Aber ihnen fehlt der Gaia-Kern als Basis. Du musst Erfolg haben, sonst war alles umsonst. Viel Glück und adieu. Also... Sie lebt noch. Wir müssen sie zurück... Oh... Oh Mist, sie können fliegen! Eloy! Eloy, kannst du mich hier nicht hören? Was ist los, Errent? Zwei von den Phantomdingern sind runtergefallen. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben. Wir kommen hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Bringen sie in dem Raum in Deckung. Was immer passiert, sie bleibt bei uns. Ich beschütze sie. Ich sollte mich vorbereiten, bevor das Phantom kommt. Ich kann es nicht zur Wahl und dem Klon lassen. Ein paar Pfeile basteln kann eigentlich schaden, oder? Da kommt sie! Hm, hässliches kleines Ding, was? Das bringt gar nichts. Ich sollte das Ding scannen. Vielleicht hat es Schwachstellen. Ach, das Ding ist schnell! Die Hand. Du Termin. Nein, das Ding hat nur gebrochen. Ich schließe sie. Ein paar Gäste? Ein paar Gäste. Ein paar Pfeile? Ich schließe sie. - Und du niemals Players? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Na, wenigstens etwas. Na, wenigstens etwas. Oh, was ist das hier? Ekelhaft. Okay, dann können wir raus, einfach hinten durch, oder? Hat ja einigermaßen funktioniert mit denen und vielleicht die Pfeile noch. Okay, das ziehen wir jetzt durch. Ah, wollen wir hoffen, ne? Ja, es ist ja hier lang, oder? Oh, hatten wir das gescanned? Sorry. Oh, was ist das hier? Ah, doch, der hält doch schon aus. So, wo es ist. Oh, was ist das hier? Oh. Oh, oh. Zeit. Bringt es was? Eine schwere Waffe. Die können sehr helfen. Die sind so verabschiedet. Die sind so verabschiedet. Die sind so verabschiedet. Es geht unten! Es ist im Anarsch! Es geht unten! Wow, das ist echt schnell. Ja, das kann ich denn. Ja, das kann ich denn. Ah, geht's auch. Ich könnte sie in der Phantom einsetzen. So, mein Häschen, da ist die Waffe, ist ja schön. Hm. Aloy, sie, ich bin nicht betrunken, aber gerade sehe ich doppelt. Lange Geschichte, aber das muss warten. Sie braucht einen Heiler. Wir müssen sie sofort zur Basis zurückbringen. Stimmt. Ja. Gut, worauf warten wir dann? Geht ihr beide voran. Ich muss mir nochmal die Waffe ansehen. Hm. Wenn ich herausfinde, wie sie funktioniert, werden die Sinips vielleicht nicht so unbesiegbar bleiben. So, lass uns mal eben kurz gucken, weil das Ding ist ja kaputt, kann ich ja irgendwas einsam, ne? Die macht richtig schade. Ja. Nimm das mal mit. Kein Bock, wa? Na gut. Geht um die Waffe. So. Mhm. Die Kugel ist ja interessant, ne? Gut. Besser als nichts. Ich muss das Waffenteil zur Analyse zu Gaia bringen. Wenn wir sie nachbauen können, gibt es vielleicht einen Weg, die Sinips zu besiegen. Ich sollte auch nach dem Klonen sehen. Bal, wo ist unser Gast? Sind im Wartungsbereich unter dem Kontrollraum. Okay. Warum? Aloy. Gut, dass du heil zurück bist. Hier war ich irgendwie noch nie. Ach doch, klar. So, dann lass uns doch da reingehen. Dann stehst du da rum. Mach auf. Es ist gut, dass du hier... Sie war nach dem Aufwachen in Panik und es gestolpert. Ich dachte, ich warte besser auf dich. Ich rede mit ihr. Hallo? Du, äh... Du heißt Beta, oder? Mein Name ist Aloy. Was ist los? Ist es deine Verletzung? Simulacrum Entzugserscheinung. Das... Verstehe ich nicht. Das Entfernen eines neurologisch integrierten Datenträgers. Das Gehirn, vor allem das Kleinhirn, geht in eine Art... Sensorischen Freifall. Alles Echte erscheint... Unecht. Entfernt. Kann man da irgendetwas tun? Hast du einen Fokus übrig? Es ist primitiv, aber ich bekomme es hin. Ja. Fahr hoch. Also, Aloy, ich glaube, du willst Informationen. Über dich und die Zeniths? Ja. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Wie haben sie dich gekriegt? Aber lass uns am Anfang beginnen. Ich glaube, sie haben die Zerstörung ihres Schiffes vor tausend Jahren vorgetäuscht. Das wäre übereinstimmend mit ihrem Verhalten. Sie wollen nicht, dass man ihnen folgt. Fahr-Zenith hat also doch eine Koloniewelt geschaffen. Ja, für ein paar hundert Jahre, aber sie hat nicht überdauert. Eine Art Naturkatastrophe hat sie unbewohnbar gemacht. Okay, also... Sind die Nachfahren von Fahr-Zenith von einem sterbenden Planeten geflohen? Und jetzt wollen sie die Erde für sich beanspruchen? Nicht ihre Nachfahren. Was? Nicht ihre Nachfahren. Es sind sie selbst. Die die Erde vor tausend Jahren verlassen haben. Das wusstest du nicht? Wie können sie immer noch leben? Sie sehen doch nicht mal aus, als ob... Was haben sie mit sich gemacht? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Medikamenten, Zelltherapie und technischen Implantaten. Und du? Bedeutet das, dass... Ich bin nicht wie sie. Ich wurde auf dem Weg... ...zu Erde geschaffen. Auf dem Schiff. Ich habe Jahre in meinem Trainingsinterface verbracht. Nur um meine Funktion wahrnehmen zu können. Zugang und Kontrolle des Terraformierungssystems. Aber wieso? Was wollen die Zinn jetzt damit? Als ich herausfand, dass das Zero Dawn System in seine Einzelteile aufgelöst war, dachte ich, ich müsse es reparieren. Aber die Zinn jetzt wollen das wohl nicht. Sie wollen die Erde komplett säubern und neu anfangen. Mhm. Sie wollen Massen aus Sterben für ihren eigenen Komfort? Wer denkt denn so? Ja, ohne ihren Gaia-Kern werden sie das nicht schaffen. Wir haben es also mit denselben Faisinet-Leuten zu tun, die schon mal auf der Erde lebten. Was weißt du sonst noch über sie? Sie waren einige der reichsten und mächtigsten Menschen der Erde. Sie kontrollierten fast alle wichtigen Rohstoffe und Industrien. Gérald befähigt sie. Er ist es, der entschied, eine Basis zu errichten. Die anderen, Eric, Tilda, Burbina, nehmen ihm seine Macht über sie übel, aber letzten Endes tun sie immer, was er sagt. Eric, mit ihm habe ich im Hades-Testlabor gekämpft. Er mag es, Menschen wehzutun. Ja, ich weiß. Du sagtest, dass die Zeniths eine Basis auf der Erde haben. Wo ist sie? Vor der Küste, glaube ich. Wenn ich auf Mission gehen musste, wurde ich in einer Phantom-Drohne transportiert. Ich konnte draußen nichts sehen. Aber ich konnte die Zeniths einmal darüber sprechen hören. Sie wollten einen Umkreis-Energieschild errichten, um die lokale Fauna abzuschrecken. Sie haben sicher noch andere Sicherheitsmaßnahmen. Phantompatrouillen, Maschinenköder. Es muss unüberwindlich sein. Was befindet sich in der Basis? Starteinrichtungen, über die sie zu und von ihrem Schiff im Orbit pendeln können. Und Infrastruktur, um Materialien zu sammeln und alles herstellen zu können. Sind da mehr Zeniths, als du getroffen hast? Ich weiß noch nicht. Ich denke, es muss noch andere in der Basis oder im Schiff geben. Soweit ich weiß, könnten auch noch weitere im Weltraum sein, andere Überlebende der Kolonie. Hm. Du sagtest, dass die Zenith-Kolonie im Sirius-System zerstört wurde. Was ist passiert? Mir hat man nur gesagt, dass sie Sirius wegen einer Naturkatastrophe verlassen mussten. Ich vermutete, es war ein extrasolares Objekt oder ein katastrophales Erdbeben. Oder es war vielleicht auch ein außergewöhnlich starker Sonnensturm auf Sirius A. Die Zeniths haben dir nie Einzelheiten genannt. Sie sagten, das einzig Wichtige war, dass sie überlebt haben. Zuerst die Erde vor tausend Jahren und dann Sirius. Und das Alter anscheinen sie auch zu überleben. Wie bist du den Zeniths entkommen? Vor dem Hades-Testlabor hätte ich nie gedacht, dass ich freikomme. Wäre ich geflohen. Hätte ich niemals allein in der Wildnis überlebt. Dann habe ich dich gesehen. Und ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen. Und als sie Zeniths Eluthias Position in der Biomedizinischen Forschungsstation anzeigten, sah ich eine Chance. Du sagtest, du sahst eine Fluchtmöglichkeit, als du auf dem Weg warst, Eluthia zu fassen. Was genau hast du gemacht? Wenn ich auf eine Mission geschickt wurde, um eine nachrangige Funktion zurückzuholen, war nur ein Zenith mit dabei. Und wurde von den Rebellen getötet. Außerhalb der Anlage. Verbena ist tot? Wie haben sie ihren Schild ausgeschaltet? Ich seh mir das mal an. Aber du sprachst gerade von deiner Flucht? Als es an der Zeit war, den Sender der Zeniths zu benutzen, um Eluthia zurück zur Basis zu schicken, hab ich eine verschlüsselte Nachricht übermittelt. Ich hab Verbena so lang abgelenkt, dass ich mich in der Ektogenesekammer einschließen und die Protokolle der Station so ändern konnte, als ob es nur 236 Behälter gäbe. Und der Gaia-Systemkern? Ich behauptete, dass ich Eluthia schneller fassen könnte, wenn ich ihn dabei hätte, und sie glaubten mir. Gut gemacht. Du sagtest, du wurdest auf dem Weg zur Erde geboren. In einer künstlichen Gebärmutter, nehme ich an. Die Zeniths hatten eine Ektogenesekammer auf dem Schiff. Ein Update von der, in der du mich gefunden hast. Sie müssen eine gespeicherte Probe von Elisabeths DNA benutzt haben. Elisabeth hat sich sicher nicht DNA von ihnen entnehmen lassen. Weißt du, wie sie sie bekommen haben? Das war nicht Bestandteil des Archivs, auf das ich Zugriff hatte. Mhm, was ist denn da drin? Du sagtest, dass du Jahre in einem Trainingsinterface verbracht hast. War dieses Archiv ein Teil davon? Aber nur die Teile, auf die ich zugreifen durfte. Aristoteles und Aspasia, die Avatare des Archivs, wiesen mir Lernmodule zu und bewerteten meinen Fortschritt. Warte mal, diese Namen. Sie waren als virtuelle Leiter der Apollo-Datenbank vorgesehen, bevor Ted Farrow sie gelöscht hat. Die Zeniths haben eine Kopie. Also existiert sie noch. Crash, das ist gut. Und du musst von ihr lernen. Nur was als relevant für die Mission erachtet wurde. Wenn ich Informationen außerhalb der Vorgaben anfragte, lehnten meine Tutoren das ab. Dieses ganze Wissen zu haben, außer Reichweite. Das muss frustrierend sein. Die Zeniths brauchten Elisabeths genetischen Fingerabdruck für Zero Dawns Einrichtungen. Also haben sie dich geschaffen. Dich trainiert. Und du hast mitgemacht? Sie sagten mir, ich wurde geboren, um mich mit Zero Dawn zu verbinden. Als wir die Erde erreichten, habe ich mir zusammengereimt, was mit Gaia und ihren Funktionen passiert sein musste. So wurde mir klar, dass es nicht meine Aufgabe war, Gaia zu reparieren. Sondern dass sie mich erschufen, damit ich ausführte, was ihr Ausrottungssignal nicht schaffte. Die Neustadt der Erde. Zu ihrem Nutzen. Du weißt über das Ausrottungssignal Bescheid? Es war Spekulation, aber die einzige logische Folgerung, warum Gaia sich nach langem effizienten Arbeiten plötzlich selbst zerstörte. Gaia hätte eine so extreme Option nur dann gewählt, wenn sie eine Bedrohung für das Leben auf der Erde ermittelt hätte, die gefährlicher als das Einstellen ihrer Funktionen wäre. Ich hätte begreifen sollen, dass sie außerdem die Neuerschaffung von Elisabeth Sobeck anordnen würde. Naja. Überraschung. Okay, Puh, düsen wir ab, oder? In Ordnung. Ich glaube, das reicht erst mal. Willst du nach oben kommen, oder? Also wie lang? Du weißt doch, dein Plan. Bis wann kann Gaia eine Maschine bauen, die die Sinitz besiegen kann? Woher weißt du das? Optimale Strategie, und? Ich brauche immer noch zwei weitere nachrangige Funktionen, bevor Gaia stark genug ist, um Hephaestus zu absorbieren. Was? Du haste Festes noch nicht? Gaia probiert noch, wie es am besten aufzunehmen ist. Es ist nicht an einen festen... Festen Ort gebunden? Natürlich nicht. Du solltest jetzt längst weiter sein. Du wusstest nicht, wer die Sinitz wirklich sind. Herze kommen bei einem Fehler. Sie werden diesen Ort finden. Sie werden ihn finden und mich zurückbringen. Das hier war alles umsonst. Sie werden uns nicht finden. Gaia verschleiert mit Hilfe von Minerva unseren Standort. Was macht das für einen Unterschied? Du bist so weit zurück. Wir werden sie niemals schlagen. Alles! Und jeder... ...wird sterben. Hey! Ganz ruhig. Du bist jetzt hier, oder? Also kannst du irgendwie helfen. Ich hab bestimmte Wissenssätze. Und an deinem Fortschritt gemessen. Expertise, die dir wohl fehlt. Natürlich Geo, Bautechnik. Computerwissenschaft, Physik, Biologie, Chemie. Okay. Ja. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Sprich mit Gaia. Guck später nach dir. Wie war's? Ihre Verletzung ist nicht schlimm. Aber sie bereut es, hergekommen zu sein. Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Uh. Ich komm später wieder und sprech mit dir. Vielleicht kann ich was rausfinden. Ich sollte das Wattenteil zu Gaia bringen. Genau. Dieser Herr Fest. Willkommen zurück. Aloy. Wir haben einen neuen Gast. Jetzt kennen wir den Ursprung der Übertragung. Ja. Ich hab außerdem das hier. Die dazugehörige Waffe hat einem Zenith irgendwie den Schild abgenommen. Aber sie versagte und ist explodiert. Wenn wir die Waffe nachbauen und verbessern, können wir die Zeniths vielleicht besiegen? Moment. Führe Scan durch. Erledigt. Ein Ableich der Ergebnisse mit Daten deines Fokus zeigt, dass die Waffe im Vergleich zur Zenith-Technologie sehr weit fortgeschritten ist. Aber nicht wie sie funktioniert. Hat die Explosion die Daten beschädigt? Es war nur ein Auslöser. In dem Moment, als die Waffe versagte, hat sie wohl einen Befehl ausgelöst, all ihre Daten zu löschen. Anscheinend sollte das verhindern, dass Informationen über die Waffe an den Feind gelangen. Die Konstrukteure dieser Waffe wussten, wie man Spuren verwischt. Silence. Basierend auf deinen Daten zu ihm, komme ich zu dem gleichen Schluss. Und er wird nicht mit uns kooperieren. Naja, ein Versuch war's wert. Aber das ist nicht alles. Die Zeniths haben Eluthia. Genau wie Artemis und Apollo. Das ist bedauerlich. Allerdings bleibt unser ursprünglicher Plan unverändert. Die zwei nachrangigen Funktionen sollten meine heuristische Prozessordichte erhöhen, um Hephaestus absorbieren zu können. Okay. Eins nach dem anderen. Tja, ich gehe wohl besser wieder raus. Viel Glück bei deiner Suche. Gut. Danke, Gaia. Tja. Dann werden wir wohl Silence Waffe nicht benutzen. Und wir haben noch einen weiteren Klon von Elisabeth bei uns. Ich kann mich davon nicht ablenken lassen. Ich muss noch zwei nachrangige Funktionen auftreiben. Schlecks, Junge. Okay, hier gibt's hier eine Menge mehr Quests, die wir uns alle erst beim nächsten Mal angucken, okay? Also, bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.